Hallo liebe Leute und herzlich willkommen! Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. Und zwar biete ich zur Zeit auf Ebay ein gebrauchtes Pokémon Ranger an, also den ersten Teil, für die Ads. Und ich weiß ja nicht, vielleicht interessiert ihr euch irgendwie ja dafür. Irgendjemand von euch wird mich auf jeden Fall freuen. Das ist eine Aktion zum Mitbieten. Ja, also den Link zum Spiel werde ich dann noch in die Videobeschreibung packen. Und ja, was gibt es noch großartig zu sagen? Also, ich spiele das Spiel selber nicht mehr, wirklich. Eigentlich gar nicht mehr. Und weiß ich nicht. Immerhin habe ich es geschafft, den ersten Teil durchzuspielen. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Den zweiten Teil, Finsternis über Eimia heißt er, glaube ich. Den werde ich wahrscheinlich demnächst auch noch bei Evil reinsteilen. Also, falls ihr euch wirklich für diese Spiele interessiert, oder wie gesagt, es ist gerade halt das erste Spiel noch drin, würde mich freuen, wenn jemand mitbietet und sie sind wirklich noch in gutem Zustand und ja, kann da nicht wirklich groß noch was zu sagen. Also, würde mich, ja, bietet mit bei Ebay. Ich würde mich wirklich freuen. Also Leute, bis dann. Ciao.